Hallo meine Freunde und liebe Zuschauer, wir kommen zurück zu Borderlands. Wir haben eine schwere Aufgabe vor uns und müssen einen Minentorschlüssel besorgen. Und wir werden uns langsam herantasten. Zwei Gegner sehe ich schon vorne. Zwei soll ich mich besser mal ducken. Die schießen schon. Du Scheiße. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Das kriegst du gar nicht kaputt. Zwei mal drauf geschossen und... Ja Junge. Das ist aber ganz schön teuer hier, der Einsatz. Du weißt, wie du trauen kannst. Auf jeden Fall denn ab in deiner Hand. Das kann nicht wahr sein. Nimm mich meine dicke Wumme. So. Nimm mich meine dicke Wumme hier. Die dickste, die ich hab. Komm her. Wenn die nicht hilft, nehmen wir die hier. Schau mal an, ey. So. Es könnte... Es könnte da kommen, ey. Okay. Okay, Schirob. Was könnte da kommen? Komm her, du. Gibt's da gar nicht. Gibt's da gar nicht. Gibt's da mal. Nicht mal mit der Wumme krieg ich den hin? Ich glaube, ich spiele. Was ist denn das für ein Tier? Na gut, dann würde ich sagen... Wir nehmen erst mal einen anderen Auftrag an. Das ist doch unfair. Das geht ja nur gar nicht hier. Komm her. Das geht ja gar nicht. Ja. Dann gehen wir erst mal hier. Immer da hin. Theorisieren. Das geht ja gar nicht. Da haben wir gar keine Chance. Also... Geht's wieder in so ein TK zurück. Komm her. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaube. Wahrscheinlich wieder zurück, ne? Für die nächste Mal unser Auto. Links rum. Meistens links halten. Bin mal gespannt, ob wir das überhaupt schaffen. Haben wir hier noch was? Ne, ich hab hier alles selber gekauft. So, dann gehen wir mal wieder hier durch. Ei, ei, ei. Nicht nur für eine andere Waffe. Immer die... ...Snellfeuerwaffe. Komm, da kommen nicht wieder diese... ...klappen Viecher. Komm mal hin, hier. Ja. Ach, ich komme gar nicht durch. Ja, ist ja gut, ich komme jetzt schon. Wo bist du denn? Komm her. Na bist du? Mal sehen, wer bezahlt hier. Oh, Scheiße. Granate. Mist. Habe ich dir selber abgeworfen? Ich hätte mal eine eigene Granate oder was. Ich sollte mal fast der Türme anders belegen. Wie komme ich denn hier raus? Leute, wie komme ich hier raus? Irgendwie muss ich hier lang. Springe ich eben runter. Oh, Scheiße. Obtakte. Mit dem will ich mich aber nicht anlegen. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Er ist ja unzerstörbar. Im Vogel. Ey, hör auf. Schießen. Links aber. Jetzt müssen wir ständig hinterher. Wie ist denn das? Ah, der schnelle Läufer hier. Verdammt. Komm her. Mal Medikin nehmen. So, nehme ich die Rumme. Warte mal. Habe ich die aufgeladen? Oh Mann. Kommen die auch noch? Kommen die Viecher auch noch hier? Ah. Wo weg hier? Das ist schon gefährlich, das Gebiet hier. Bin ich jetzt nennen. Ist ja unglaublich. Ach, Mann. Ich spreng mich selber in die Luft, Mann. Ach. Du kannst nicht genug kümmern für deine Lieblingswaffe mitnehmen. Dann brauchst du mehr Stauraum. Nur begrenzt lieferbar. So, dann schauen wir mal vom Augen. So, dann schauen wir mal vom Augen. So, dann brauchen wir hier. So, dann schauen wir mal vom Augen. So, dann sind wir gut bestückt. Kann nicht wahr sein. Wo haben wir denn noch? Wir haben schon einen richtigen Arzt, wenn er meine Apparate mit ihren heimlichen Nabeln hat. Willkommen reicht. Was war da eben? Ah. Level 13. 203 und... Was haben wir denn eigentlich? Vielleicht mehrere Sachen? Oh, 17.000. Machen wir das mal gar nicht. Das ist mein Wegpunkt. Ja. Ne, dafür brauchen wir bessere Waffen. Das steht schon mal fest. Ich will jetzt erst mal wieder auf Firestone. Ich gehe mal wieder zum Tick. Tick. Aha. Oder wie heißt es? Ich hoffe, wir kommen... Wir kommen ja gar nicht rum, ne? Ich bin ganz... Sie rumlaufen. Ach so, was ist mit dir? Kann ich hier was abliefern bei dir? Ne? Also... Alles erledigt? Gut. Dann geht's weiter. Ah, ich hab wieder... ...einen Skillpunkt zu vergeben. Schau mal hier. Steigert den Schaden in der Sniper. Steigert die Zielgenauigkeit. Gte ist statt Treffer. Aber hier... ...Nachladegeschwindigkeit für alle Waffen. Das ist auch nicht schlecht. wenn mein vogel einen feind angreift wird der gesundheit auf basis der zugefügten schadenmenge gewährt besser die nachladegeschwindigkeit so kann ja nicht schaden wo ist was denn da wollte ich da gar nicht hin ach so, die kann weitere arbeit für mich ach ja doch, muss ich ja doch hin da hin unser gebiet ist ja nicht ganz so streng hart wie in einem anderen Revier dort das ist der Hammer unglaublich das hat die Gegner ja auch sein können ja nun den Filmen wegs habe ich ja gesehen aber gar nicht übel nicht mehr ganz so schön was wollte ich sammeln? klingeln blumensamen ja Moment danke einiges geht einfach nicht wenn man nichts sieht äh was mit dem blumensamen das sieht ja was anderes das ist klar getötet TKVHs Bein was mit dem Bein danke einiges geht einfach nicht wenn man nichts sieht ich will aber das haben Moment bin ich hier richtig nein was soll ich hier ändern hier wer Wind sät hier das muss ich priorisieren so so Blumen will er haben Mann lass dich nicht von diesen ekligen Skalkviechern kriegen was was für Viecher mach mal keine Angst Junge da ist da wieder einer gewesen oh oh so woher da wir wollen es aber auch wissen hier muss ich durch nur wegen dem blumensamen verblümchen sind die fächer sehen schon gefährlich aus sind so gefährlich dass wir gleich jetzt zwei automaten hinstellen glaubt ja nicht habe ich ihn wieder verbraucht ja ja du bist gut muss ja auch nicht kämpfen schwarzes brett vorerst um warum sind wir hier 129 wirklich eine neue mission das andere machen ja das will ich machen sofort eine neue mission da tue ich mir nicht an mal sehen ob ich das wort schaffe hier aus armen einzusammeln und die fiecher schon wieder Oh, Backe. Wo muss ich hin? Ist meins gelaufen? Oh, Backe. Wo geh ich denn hin? Na? Das Fücher. Was haben wir hier? Kann gar nichts mehr aufnehmen. Warte mal, da muss ich was wegschmeißen. Dann schmeiß ich mal her. Die kann ich wegschmeißen. Eine Leertaste wegwerfen. Und einen Platz mehr, ne? Ja, aufnehmen. Weiter geht's. Level 11 sind das schon. Dann brauche ich auch entsprechende Waffen. Ach, noch was. Kann ich gar nicht mehr alles aufnehmen. Nee, geht jetzt nicht. Faut jetzt nicht hin, Freunde. Ach, hier, diese Samen. Acht Stück? Muss ich nur gegen die Viecher kämpfen hier? Ganz so aus. Kann ja heiter werden. Habe ich aufgeladen? Nee, nicht ganz. Das ist unglaublich. Was ist das? Ein Peekon. Das ist unglaublich. Noch sei einer, der Gift versprüht. Ist er denn wahr? Glaube ich ja fast gar nicht. Rucksack. Ja. Mal eben ein paar Samen sammeln. So. Hier sind ein paar Kops hier. Da oben muss ich hin? Oder wie? Ja, sieht da ganz leise aus. Da müssen wir noch pflettern hier. Noch fünf. Ach du meine. Habe ich kein Schild gekauft? Ein besseres? Na, ne? Ich hätte ein besseres Schild kaufen sollen. Hier? Nee. Auch nicht. So, wo geht's weiter lang? Hier? Das ist von mir, die Mistviecher. Wie ist denn, wenn ich die Wumme nehme? Nee, die doch nicht. Wo ist sie denn? Ich hab sie doch hier. Ich hab sie doch hier. Oh. Ah, passt zu bach. Wie toll? Gibt's ja nicht, Mann. Wo bist du, Scheißkerl? Mist. Kein Fein mehr in der Nähe. Verdammt. Wo bringt er mich denn jetzt hin? Du meine Güte. Wo hat er mich denn jetzt hingebracht? Was ist denn da? Brauche ich ja all den Falles nicht. So. Die Gebrummeball. Na gut, das habe ich alles schon. So. Bin ich aufgefüllt? Nicht ganz. Na. Wo sind sie? Na. Krieg ich die hier nicht. Die ich brauche. Bin ich so was. Na gut. Kaufe dir ein Erste-Hilfe-Kit. Du wirst es nicht bereuen. Ist mir klar. Eins. Eins konnte ich mir kaufen, ja. Muss ich wieder die ganze Strecke hier ablaufen, oder wie? Mal sehen. Mal sehen. Was will man die große Karte sehen? Muss ich hier rum und da hin? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich wieder hier durch. Oh Mann. Oh, was habe ich denn jetzt? Die dicke Bumbe brauche ich glaube ich jetzt nicht, ne? Ich gehe mal nach oben, das ist die stärkere, die da hin. Und dann die kleine. Und den ganzen Parcours wieder ablaufen. Ich hoffe, dass ich, dass die, die ich schon erschossen habe hier, sich wieder auftauchen. Naja, hier habe ich gar keinen Platz. Ich glaube, wieso laufe ich denn wieder zurück? Ich muss doch hier lang. Hier rum. Oh, hier geht's lang. Rechts. So. Gucken wir mal ein bisschen spazieren hier. 96 Meter, 85 Meter. Wollen wir mal schaffen, oder? In solchen Gegenden hier darf man sich ja nie sicher sein. Die Pflanze ist da oben. Komm ich hier auch dran? Komm her. Ich komm hier nicht dran. So, halten wir die auch noch. Noch vier Stück. Kann ja heiter werden. So, hier waren wir noch nicht. Jetzt taucht bestimmt wieder was auf. Was ist das denn da? Das sind alle? Was ist das? So. Noch ein paar. Ah. Ich hoffe, das war's. So, noch zwei. Zwei Samen. Zwei Samen. Ja, ich bin voll mit Blut bespritzt. Sind aber auch reichlich Höhlen hier. Das ist ein ganzes Nest. Ein ganzes Nest am Hegel. Da oben, ja. Wie soll ich da hochkommen? Wie soll ich da hochkommen? Was ist das denn für eine? Ja, toll. So, gib mir mal ein Seil, ja. Mann. Jetzt kann man nicht hier hoch irgendwie. Von hier. Irgendwie muss er da gehen. Ja. Junge, Junge. Ich bin noch nicht zufrieden lassen. So, jetzt geht's heimwärts. Mal abliefern. Oh. Keine Belohnung. 82, kann man ja gar nicht gebrauchen. 22, 16. Äh. Moinige Brauern. Aber schon ein Besseres. Sö mal, muss ich denn hier lang? Muss ich mal schauen. So. Ja, richtig. Kurz links hier rum. Meister. Dann werden wir diese Pfad nehmen. Kommen die halt nicht verlaufen. Wollte ich mal sagen. Steht da 105 Meter, ja. So, hier rum. So, können wir mal sehen, ob wir noch ein Level aufsteigen oder nicht. Schön wär's. Ja, ich komme mal wieder an den Einkaufsautomaten vorbei. Ach klar. Obwohl ich mir jetzt noch ein paar Patronen hier. So, fertig. Haben wir alles schon, ja. Na gut. Geht zurück. Nach Firestone. Dann werden wir mal abliefern bei TK. Aha. Wir fliegen nur die Fleißfetzen, so. Ja. da wird sie ne, das ist schlecht auch von England oder so hier komme ich da gar nicht durch, oder? 48 Meter komme ich hier durch oder nicht? Warnung, Nichtbeachtung führt zu ihrem sofortigen Ableben was ist da? gut also keine Grenzüberschreitung hier ohne Fallschirm geht es hier in Ordnung brauchen wir nämlich die kleine Biegung auch noch mit hier sonst gut haben wir Patrouillen aufgestellt hier dramatische oh, Kohle her Schmerzensgeld 6.000? immer schlecht aber ich bin kein Level aufgestiegen was denn? Minenpausschlüssel? nee, das war ja zu heftig, Leute Minenpausschlüssel? nee was steht hier? trivial? also einfach, ja das ist schon wieder schwer, ja worum sind sie hier? finde zwei Datenschreiber beledige es also ich soll sein Bein besorgen auch ich soll sein Bein besorgen Belohnung 4.3 das ist wohl einfach hier finde zwei Datenschreiber ich soll sein Bein besorgen, na gut dann werden wir das mal so annehmen aber erstmal jetzt nach Hause zuerst geht's für mich nach Hause wir sehen uns denn später, ja? ich will erstmal meinen kleinen Robby wiedersehen vermisse ich schon richtig mein Robby ach, komm her will noch jemand mehr? na? mein Auto steht da hier noch, oder? hä? kein Auto? und er muss erst mal wieder herbeizaubern so, ich will erst mal meinen Robby wiedersehen Robby wo bist du? ach ach, mein lieber Robby, wie geht's denn? ja, soll ich mal reinschauen? hä? will das jemand immer fallen hier? dann hat doch keine Ruhe hier ich soll mal hier reinschauen ja? ok jetzt schau ich mal rein muss ich da hinten wieder aufräumen was ist denn los? kauf dir auch eine bessere Waffe ja ja doch, die brauch ich hier ich will hier nur neue Waffe brauchen, na klar ja ich komme immer mehr Feinde hier fährt mir gar nicht gerade mal ein Magazin wieder aufgefüllt schon greifen sie an okay Robby ich schlage mir zu Hause, ne? Sag mir einfach, wenn du was brauchst. Ein bisschen Geld einsacken hier. Kohle. Da. Da gibt mir Kohle. Nein, ich weiß. Meinst du, ja? Okay, meine Freunde. Das war's für heute in dieser Folge wieder einmal. Borderlands. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das hat euch auch so weit gefallen. Wie auch immer. Schauen wir mal, wie ich dann nächstes Mal sterben werde. Aber ich gebe mein Bestes. Und ich gebe so schnell nicht auf. Obwohl wir dann mal halt weiter kämpfen lassen. Bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Euer Ernest Potter. Bis dahin. Vielen Dank.